Jolt, was geht? Warum begrüße ich eigentlich immer so? Diese kleine Goli, der macht mich da eh nach. Ähm... Ja, auf jeden Fall werden wir heute auf einen... ... auf einen kleinen YouTuber reagieren. Der sagt, ich hätte mehr Klick gekauft. Größte Lüge. So... Außerdem weiß ich nicht immer wie das geht. Digga, warum lädt er seine Videos 4K hoch, Alter? Digga! Also... Guck dir das an, Junge, der guckt, Digga. Der erste würde sich da gleich aufhängen. Zu viel gelabert? Ähm... Ja, ich würd sagen, wir starten einfach rein. Ja, ich fang schon perfekt an. Ja, ich fang schon perfekt an. Das war noch eh neuer. Billig. 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 Das ist ein Mousepad. Ich sag jetzt mal ein was. Digga, guckt euch das an. Genau denselben hab ich auch. Also, meine ist zwar jetzt hier von Philips, aber... Aber genau denselben hatte ich mal, bis ich dann mit Olli in der Fortnite-Runde ausgerastet bin. Fuck, mein Controller ist untergefallen. Digga, auf euch wieder bin ich jetzt aufgegangen. Alter, hackbar. Digga. Ah, nee. Hier, runter. Äh, ich bin mal verzufangen. Nein. Den hab ich auch. Äh, den hab ich kaputt gemacht. Den hat mein Vater. Auf Arbeit. Hätten. Guck, der ist ja nicht immer eine Schaufnahme, kann der machen. Digga, Getränke, du bist ja geil, Junge. Was ist mit dem? Manu, der neue Digga, ist ja Bayern-Fan, Alter. Was ist denn mit dem? Der wohnt in Leipzig und ist Bayern-Fan, Digga. Was ist mit dem? Mann, Digga, was ist das denn? Digga, sieht aus wie ein Flugzeug, Alter. Aber so ganz ne Scheiß brauchen wir doch gar nicht. Gering, Verdiener. Ich hab bessere. Ich hab bessere, Digga. Guck hier, Junge. Ich hab bessere. Das hier ist das beste PC. Und das hier ist das beste Spiel. Secure 2. Aha. Nein. Beste Einstellung. Guck dir an, Digga, bei dem regnet. Bei uns schneit. Gering verlieren. Ey, ich würd... Leute, ich würd das jetzt mal so fühlen, wenn der sich so richtig am PC so mal hier oben so... Wenn der mal runter geht und dann vergisst, dass der Tisch noch über dem ist und dann sich so richtig in der Aufnahme so in den Kopf einhaut, dass er da zu nice ist. Jo. Digga, mein... Mein... Ja. Gerne Link, Verdiener. Geld-Leckverdiener. Guck das an, diese ganze Zeug, Junge, Digga. Das hier, Junge, alles nur Geldverschwendung, Digga. Man brauchte nicht so viel, Digga, zum YouTube machen, Digga. Brauchte einfach bloß das hier. Oh, nein. Warte. Warte. Guck mal. Nein. Warte. der jetzt die ganze zeit dauerwerber sendungen da drin stehen es ist gering für die hat nur 50 übergesehen ich habe 1500 ich kann mir ich kann mir battle pass kaufen mache ich auch meinen sport was schön aus und zwar den battle pass was ich jetzt auch nicht so versteht das habe ich auch noch mal mit ollie berätet mit meinem besten freund das habe ich gar nicht verstanden warum der dauerwerber sendung drin hatte und ja ja und ja und ja und ja verstehe ich halt eigentlich auch nicht und ja das war das video abonniert alle damit wir 200 abonnenten schaffen eine wir sind egal ob doch ein 200 und an dich noch mal kann da go denkst du ich wäre so dumm und würde mich kaufen junger also ich weiß nicht so dumm muss man auch erst mal kommen ich habe ich auch schon video zu hoch geladen weil handy videos sowieso besser ankommt und ja damit erstmal euch noch einen schönen tag und damit tschau tschau und ja dann und ja auch noch mal und ja und ja